So Leute, wir wollen uns das Wochenende verdienen und wir wollen eigentlich, wenn ihr am Wochenende lacht, dass ihr vorschmerzt, sein Bein, deswegen kriegt ihr heute nochmal eine Lüge. Wir beginnen mit unseren Bissensbüro-Crunches, ihr wisst Bescheid, nochmal für die, die es zum ersten Mal machen müssen. Wir können die Beine gerne ablegen, ansonsten so ungefähr rechter Enkel hier halten. Ihr braucht eine Motorestütze, nicht am Kopf ziehen, sondern Hände an die Schild. Und dann cruncht ihr hier, bis nichts mehr geht. Wenn ihr das habt, geht ihr in die Supermittlage, also ihr könnt zwischendurch sagen, ich kenne nur 2,5 tiefe Atemzüge, weil das wird echt heftig. Und dann geht ihr in die Supermittlage, Beine und Schulde noch, bis nichts mehr geht. Wenn ihr dann nicht mehr könnt, kurz durchatmen, 2,5 tiefe Atemzüge durch die Nase und dann geht's zurück. Und ich klappe besser, bis nichts mehr geht. Versucht euch 10 Stück in irgendeiner Art und Weise rauszugrabeln. Wenn ihr die habt, dann rum und in die Platte. Und die Halter auch bis dahin ist. Dann kommt ihr hoch, in den Liegestütz und jetzt hier nochmal anziehen. So, jetzt nach Schluss. Volles Roten durchziehen. Wenn ihr richtig fit seid, habt ihr für den ganzen Komplex eine Viertelstunde gebraucht. Dann laden wir da 1-2 Minuten durch. Nein, ist egal, wie lange ihr braucht. So, zieht den Komplex durch. Dann ein Päuschen. Ich gebe euch 1-2 Minuten ruhig. Und dann versucht ihr das Ding, wie bei den Beinchen, 3 mal mindestens durchzuziehen. Wenn ihr euch Mühe gebt, machen wir es 5 mal. Denkt, ist bald Weihnachten. Denkt daran, warum wir die Hände verloren haben. Gut bei uns gleich. Gut bei uns gleich.